Willst du mal blasen, Bruder? Ja, ja, ja. Weiter, mehr, 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 mehr. Das ist ja eine kleine Lug... Oh, laden Sie sich, wir sterben in... Oh, ich kann jetzt blasen, endlich. Boom. Ja, ein bisschen. Hey, 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 hey. Bis es aufhört zu piepen. Rein da. Popa, vielleicht die Lüge. Geh mal Bier holen. Du bist schon wieder esslich. Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Freunde, ihr seht, Bierkönig Mallorca. Wir sind nach Mallorca geflogen, Freunde, um heute einen richtig heftigen Test zu machen. Und zwar einen Alkoholtest, Freunde. Ich habe mir einen polizeigenauen Alkoholtest herausgesucht, der heute herausfinden wird, wer der einzig wahre Bierkönig sein wird, Freunde. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, Leute. Deswegen lasst auf jeden Fall schon mal jetzt ein Like da. Ich sage euch, hier ist auf jeden Fall komplett alles am Start. Hier sind Leute, Menschenmassen, die sich tummeln. Aber wir werden heute versuchen, den lustigsten Typ zu finden, der am meisten Bier getrunken hat, Leute. Deswegen würde ich sagen, let's... Okay, Leute, nebenbei muss ich nochmal sagen, Alter, Mallorca ist echt underrated. Ich bin ja normalerweise so ein bisschen anti gegen diese Ballermann und diese ganzen Geschichten, Leute. Gegen dieses Komasoff und diese ganzen Geschichten. Aber Leute, guckt euch das mal an. Das ist hier direkt am Meer. Junge, Leute, wir sind heute erst angekommen. Ich bin immer noch richtig tot. Aber egal, Leute. Denn, Leute, wie gesagt, wir sind auf einer Mission hier. Und zwar, den höchsten Alkoholwert zu finden auf ganzem Ballermann. Guten Tag, wie geht's? Alles gut? Ja! Wer kommt hier? Das ist meine Ehe von Berlin. Wer kommst du? Rottgau. Kenn ich sogar. Aber es ist Hessen. Hanau zur Schule gegangen. Großauheim. Cool. Cool, oder? Ich hab hier auf jeden Fall ein Testgerät dabei. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Musstet ihr schon mal blasen? Ich nicht. Du musst schauen. Glaub ich mir. Ich hab schon mal so gedacht. Warte, ich mach das Ding mal an. Man hat hier auf jeden Fall so ein Pegelgerät. Und man muss so lange blasen, bis es aufhört zu piepen. Und ich mach das einmal vor. Aha! Warten wir aufs Ergebnis? 0,0. Denkt ihr, ihr seid auch bei 0,0? Seid ihr artig? Würdet ihr eher sagen, ihr seid liebe Mädchen, oder seid ihr eher so die Böseren? Ah, Mittel. Du nimmst das Gerät und blickst da mal richtig tief rein mit deiner ganzen Seele. Ne länger, bis es aufhört zu piepen. Aha! Und was kommt raus? Das berechnet, weil es so viel ist. Bestimmt. Hallo? Au, 0,4! Digga, 0,38? Wie viel ist das, Digga? Ist das viel? Einmal Zahnspülung, dann ist es eigentlich genauso, oder? Wie viel hast du getrunken? 4. Und bei dir? Du musst auch nochmal testen. Du musst den Projekt jetzt erst. Warte, ich muss jetzt. Warte, ich muss jetzt. Okay, jetzt blow, endlich! Dreck! Dreck! Oh Gott, der Rechte ist schon wieder so lange. Das wird dann ganz hoher Zeit. Oha! Oha! Hast du gelungen, oder was? 0,25 meine Damen und Herren. Das ist ja schon fast peinlich. Okay, was geht sonst so? Ja. Hast du schon Junge geklärt? Nee. Vergeben. Seid ihr beide vergeben? Was macht ihr dann hier in Malle? Urlaub, Urlaub. Ein bisschen mal... Nee, 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 nee. Ein bisschen? Nee. Warum nicht? Voll süß. So muss es auf jeden Fall sein als Frau. Nette Damen hier am Start. Die komplette Eskalation wird erst folgen, Leute. Denn wir gehen jetzt auf den Ballermann da. Ich habe schon einen gesehen. Der war komplett, oh Gott, ne? Sehr ehrlich. Bruder, den müssen wir auf jeden Fall blasen lassen. Wie in guten allen Zeiten. Deswegen würde ich sagen, Leute, ab geht. Darf ich euch kurz eine Frage stellen? Wir sind nämlich die offizielle Polizei. Wir wollen hier überprüfen, wie viel Alkohol hier getrunken wurde. Oha, Rene. Ich habe keinen Alkohol getrunken. Das müssen wir jetzt herausfinden. Hast du Lust, einmal hier zu blasen und zu gucken, ob das wirklich stimmt? Ja, natürlich. Du musst einfach jetzt, warte, rein blasen. Genau. Bis es aufhört zu piepen. Rein da. Weiter, 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 weiter. Ja, genau. Schön. Okay, wir gucken uns das an. Was denkt ihr, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. So, wir haben ein Ergebnis von... Das war vielleicht eine Lüge. Weiß denn die Mama davon? Ja. Darf ich sie kurz mal fragen? Was ist denn hier los? Das wird doch gar nicht sein. Ja, so sind sie heute, die Kinder. Hat sie ein Prosecco getrunken, oder wie? Ein Hugo. Sie hat gar nichts getrunken, oder? Ein Piccolo. Kann ich erst ahnen. Ja. Ja. Früh lernt sich Leute. Deswegen, hau rein. Willst du noch dein Instagram sagen? Hier sind viele Leute, die dich wahrscheinlich auschecken wollen. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht auswendig, nein. Ach so. Ja, dann guck nach. Hast du keine Hände, oder was? Ja, doch. Oder halt's kurz rein. Oh, okay. Kannst du den hochschauen, halt auf 2000. Leute, guck mal, wie wir gefunden haben, Alter. Richtige Ikone. Ja. Was geht ab, Alter? Ja, was geht ab, sag ich? Geht mal ab bei euch, ja? Alles super, aber wir suchen heute den Bierkönig. Ist aber frisch, oder? Ich geb den ganz neuen. Da ist einer verpackte. Okay. Willst du mal blasen, Bruder? Ja, normal macht sie das. Aber nicht das wieder. Und wenn Blow steht, dann musst du blasen. Jetzt rein da. Rein in die Olga. Weiter. Mehr, 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 mehr. Das ist ja eine kleine Lunge. Guck mal, hat's schon geklappt? Ja, reicht nicht. Hat sich, nein, war falsch. Jetzt hat's geklappt. So, wir gucken einmal rein. Ja, gutes Mädchen. 0,0. Sie ist auf jeden Fall nicht die Bierkönigin. Hast du nochmal Luft? Rein da. Ja, genau, weiter. Ja, hat's geklappt? Hat's geklappt? Guck mal rein. Ich glaube, nicht sterben. Jetzt, 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 pass jetzt. Nicht sterben. Der junge Mann. Wie viel ist es? Komm schon. 0,78. Du bist bis jetzt der Führende. Echt? Aber 0,78 ist immer noch nicht krass. Ja, ich arbeite noch dran. Momentan, momentan bist du auf jeden Fall der Führende. Ja, ist noch früh heute. Ich arbeite noch dran, ja? Wir sind noch in zwei Stunden. Finde ich aber korrekt, dass du mitgemacht hast. Kein Problem, kein Ding. Schau, schau. Ja, hat der kleine Opi nochmal gezeigt, was in ihm steckt. Nein, Spaß. Echt korrekter Ehrenmann. Aber, hast du gemerkt? Ich glaube, er hat so eine Lunge. Egal. Okay, bis jetzt der Führende. Wie heißt der eigentlich? Berti Vogt? Was? Oder was? Wir machen weiter, Leute. Bis jetzt Berti Vogt 0,78 ist der Rekord, Leute. Wir suchen weiter. Das ist noch nicht der offizielle Bierkönig, deswegen weiter geht's. Ich habe letztens so eine Reportage gesehen über die Klauhuren. Bruder. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass sich hier Frauen rumtreiben, die ihren Körper verkaufen und dann aber den Männern hinterrückses Geld aus der Tasche ziehen. So nix. So. Jetzt. Was? Hier ist ein neuer Anwärter auf den Bierkönig. Was? Ja. Was? Okay. So, wenn Blow steht, Blow. Jetzt. Weiter, 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 bis es aufhört zu piepen. Weiter, weiter. Jetzt, genau. Okay, wir analysieren. 0,98. Neuer Rekord. Wir sind bei 1 Promille. Du bist absolut gerade der Bierkönig. Wie hast du das geschafft? Ich trinke gerne. Okay. Ja, was? Ja. Schon mal gemacht? Ja, Blasen, ja. Immer. Aber für Freunde muss ich Blasen, ja. Und bei wem hast du das gemacht? Ja, Kumpel, Kumpels. Alter. Blasen läuft immer. Sie kennenzulernen. Pusten. Ja, und dann? Weiter, 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 weiter. Ja, perfekt. So, wir gucken das Ergebnis an. Ich glaube, das ist der neue Spitzenreiter. Was hatten wir? 1,18 ist bis jetzt der Rekord. Und? Das ist ein polizeigenaues Messgerät. 2,04! Nein, das ist ja nix. Das ist ja Montagmorgen. Okay, ich habe ein Problem. Komm. Dreh weiter. Okay, wir machen... So. Wir machen mal... Wir machen weiter. Okay, du darfst auch. Wir machen ganz genau weiter. Was sagst du? Sie kann besser blasen. Ist das so? Ja. Schön. Wir müssen kurz warten, bis das runtergeregelt ist. Wie ist Ihr Name? Mandy. Mandy? Mandy. Oh, Mandy... Ja, lalalalalala, lalalala... Oh, Mandy... Whatcha tell me, it's the... Ich komme aus Nordirland. Echt? Ja. Kennst du die Cali-Bam-Lays? Auf jeden Fall. So Manny, los! Nicht so doll, langsam mal. Ja, halten, 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 halten. Hat's geklappt? Nee, du darfst nicht so doll machen. Alter, rech mich am Arsch. Warte, 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 jetzt ist es noch mal. Nee, noch mal, noch mal, jetzt. Nicht so doll. Ja, perfekt. 2,01! Oh nein! Wir haben immer noch den Birkönig Stefan hier. Nein, wir sind da zusammen. Jodi, 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 jodi. Wurde dieser richtige, der Gabalier. Genau, der Andreas. Genau, der bin ich. Ja, der bin ich. Andreas, komm doch mal für die Hymne, jetzt bitte. Okay, genau. Was soll ich denn singen? Oder Jürgen Drehs. Wieder alles im Griff. Auf dem sinkenden Schiff. Keine Panik auf der Titanic. Land in Sicht, wir sterben nicht. Geil, Alter, das ist ja mein Leben, Alter. Away! Ich weiß nicht, was da gerade abgeht, Digga. Digga, man kennt sich anders, da wo Alkohol ist. Leute, das ist auch das, was ich euch eigentlich sagen will, Leute. Alkohol führt oft dazu, dass man Kontrolle verliert. Auch oft kommt es zu Schlägereien oder so. Freunde, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen. Trinkt nicht zu viel. Und wenn ihr überhaupt trinkt, dann erstens im volljährigen Alter. Und wenn, dann achtet immer darauf, dass die Kontrolle nicht verliert. Passt da ein bisschen auf euch aus. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Ich hoffe, ihr achtet auf euch. Okay, Leute, ich muss noch mal sagen, jedes Mal wird dieses Ding hier auf jeden Fall gewechselt oder desinfiziert. Digga, da bist du doch ein YouTuber. Dieser Tom. Ach du Scheiße. Alles gut? Mein Ding? Hallo. Digga, ich hab noch ein Mal. Wer will machen? Du. Ich hab Geburtstag. Ja? Wie hab ich's gewonnen? 20. Und wie lang schon? 20? Wie lang schon? 20? Hier, du kannst gleich blasen. Ich kann jetzt blasen. Endlich. Jetzt, zeig was du kannst. Abruhen? Ja. Genau, bis aufrecht. Warte mal, muss stimmen. Okay, wie viel denkst du? Nicht zu viel, Digga. Ich sag unter 1. 1,15. War das? Ja, gar nicht so schlecht. Okay, Leute, ich würd sagen, das war's mit diesem Video abgesehen. Verrückt, was hier abgeht, Digga. Mallorca komplett gestört. Auch viele Abonnenten die ganze Zeit am Start. Aber einer der süßesten darf noch mal was sagen. Tom Supreme of Mallorca, er ist immer willkommen. Wir sind immer für ihn da. Tom Supreme of Mallorca, Amalakolm. Tom Supreme. In diesem Sinne würd ich sagen, das war's mit diesem Video, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert gerne. Und ja, Roll2300k, Leute. Deswegen würd ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschau. Das war's mit. Das war's mit.